Hi, hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir, Bastian dem Wohnprinzen. Ich habe heute den Free Friday, beziehungsweise möchte ich gerne mal den Freitag dazu nutzen, Videos zu machen, die ihr schon teilweise kennt und wo ich einfach mal ein bisschen was quatsche. Ich habe heute wieder einen Happy Haul dabei, etwas was ihr schon kennt und etwas was ihr noch nicht kennt und das habe ich jetzt auf meine Miyakosa-Seite geholt. Seid da also gespannt. Aber als erstes wollte ich gerne mal mit euch über den Sommer sprechen. Es ist also tatsächlich Sommer. Ich freue mich tierisch drüber, weil ich bin ein totaler Sommermensch. Ich bin im Sommer zwar träge wie so ein Faultier und ich könnte mich in Zeitlupe bewegen und liebe es aber. Sonst war das ja echt so, dass wir die letzten Jahre im Sommer nicht so wirklich Glück haben. Aber heute, dieses Jahr, ich bin so happy über diesen Sommer. Und meine Frage an euch ist, was macht ihr denn bitte schön im Sommer am liebsten? Drei Fragen. Womit erfrischt ihr euch getränkemäßig am liebsten? Wo badet ihr lieber? Pool, Strand oder See? Und was für Tagesbeschäftigung außer Baden habt ihr im Sommer am meisten, wo ihr sagt, das mache ich eigentlich im Sommer am liebsten, weil ich das zu anderen Jahreszeiten nicht machen kann? Ja, das ist ein bisschen tricky. Ich frage euch das, weil ich mir natürlich so ein bisschen was von euch abgucken möchte. Und würde mich freuen, wenn ihr mir diese Sommer-Fragen einfach mal beantwortet. Dann wollte ich euch eine Ankündigung machen und zwar habe ich mich dazu entschieden, mehr persönlich hier zu werden. Und zwar persönliche Dinge, von denen ich schon unbedingt machen wollte. Tags. Schreibt mir bitte jetzt ganz ernsthaft unter dieses Video, welche Tags wollt ihr sehen? Am Montag mache ich denen nur ein Wort-Tag. Also Montag gibt es dann ein neues Video. Wir machen einmal Pause mit Wedding-Deko. Ich habe da noch ein paar tolle Tipps, aber ich möchte euch nicht zu sehr zubomben damit. Deswegen Montag gibt es einen Tag. Freut euch darauf, der wird sehr persönlich. Ich bin sehr gespannt, wie ihr ihn finden werdet. Und ja, kommen wir jetzt zu meinem Happy Haul. Ich hatte neulich ein Video dazu gemacht zum Thema Steckdosenleisten. Ich finde Steckdosenleisten sowas von hässlich. Wenn man diese ganzen zigtausend Stecker darin sieht und das eigentlich nur noch Kabelsalat ist. Und da habe ich die Cableboxen bzw. Cablebox vorgestellt. Ich habe mich dazu entschieden, weil viele gesagt haben, Basti, das wäre doch eigentlich genau das Richtige für deine Miyakosa-Seite. Und ich liebe es, dass ihr mittlerweile so interaktiv seid, was meine Miyakosa-Seite betrifft. Dass ihr mir Vorschläge macht, was ihr in dieser Miyakosa-Seite gerne haben möchtet. Deswegen, oder auf dieser Seite, in meinem Bereich quasi. Deswegen Fragen an euch. Egal wo ihr was gesehen habt, ob es im Ausland ist, was es hier nicht gibt. Macht mir Vorschläge, sagt mir, was ihr gerne in der Miyakosa-Seite oder auf meiner Miyakosa-Seite haben möchtet. Da gehe ich super gerne auf euch drauf ein. Wir fangen an mit den Cableboxen. Und ich habe für die Mädels eine Farbe rausgesucht. Pink. Aber da sagen viele so, Basti, Mädels, pink. Ich habe pinke Vorhänge und die passen natürlich perfekt dazu. Es gibt auch Jungs, die das gut finden. Das Coole an der Sache ist, ihr packt hier zum Beispiel, das ist jetzt die Mini-Version, weil ihr gesagt habt, Basti, kleinere werden nicht schlecht. Die Mini-Version habe ich einmal in pink. Einmal in gelb. Da seht ihr nochmal diese Banderole drumherum. So sieht das Ganze aus. Und weil ich das eigentlich als Kontrast richtig, richtig gut finde, habe ich dann nochmal das Ganze in groß und in schwarz. Das ist ein cooles Kontrastprogramm. Ich weiß nicht, ob man das Gelbe jetzt sehen kann. Schlecht. Das ist ein bisschen blöd, wenn man da alleine dreht, aber egal. Ja, wie gesagt, da habt ihr die Chance, euren Kabelsalat ein für allemal zu verstecken und zu ordnen. Ihr packt hier eure Steckdosenleiste rein, rechts und links das Kabel. Hier sind nochmal Kabelbinder, um die Kabel, die da reingehen, einfach nochmal ein bisschen zu ordnen. Das kann man machen. Findet ihr ab sofort auf meiner Mia-Cosa-Seite. Vor allem nur begrenzter Zeitraum. Ihr wisst, Happy Hauls gehen immer nicht lange, danach zu einem normalen Preis. Aber jetzt kriegt ihr diese Sachen zu einem Special Prize. Dann habe ich etwas mir rausgesucht. Ich bin momentan so auf einem Ordnungstrip. Meine Wohnung ist echt das pure Chaos. Wenn ich mit euch durch die Wohnung gehen würde, ihr würdet echt die Krise kriegen. Wahrscheinlich wie bei vielen anderen zu Hause auch. Aber bei mir ist das echt richtig heftig. Deswegen bin ich momentan auf so einem Ordnungstrip. Ich ordne und ordne und ordne und ordne. Ich blende euch mal ein Foto ein, wie ich derzeit meinen Schrank am Sortieren bin und am Ordnen bin. Ich habe mir solche Boxen geholt aus dem Einrichtungsgeschäft. Und da sortiere ich wie CDs meine Unterwäsche zum Beispiel drin. Ey, mein Kleiderschrank ist so geordnet derzeit. Wenn da jemand reinguckt, der wird sagen, äh, warst du krank? Nee, ich bin einfach nur auf einem Ordnungstrip. Und ich habe hier noch ein weiteres Produkt für meine Mia-Cosa-Rubrik. Und da könnt ihr hinten sehen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar ist das für alle iPhone-User unter euch genau das. Also perfekt. Ihr kennt das auch. Ihr steckt euren Stecker ins iPhone rein und dann liegt das entweder auf dem Tisch oder irgendwo rum. Es gibt zum Beispiel in der Küche, gibt es Steckdosen, die sind auf Arbeitsplattenhöhe. Und da nimmt man einfach dieses Dock, da sieht man es, und dann schwebt das Teil über der Steckdose. Ich finde das ziemlich cool. Und packe das mal eben mit euch aus. Das ist so ein kleines süßes Teil, was ihr mit eurem bereits vorhandenen USB-Stecker, so sieht das Ganze aus, einfach verknüpft, so. Dann kommt das so in die Wand und dann muss da nur noch euer iPhone 5 rauf, beziehungsweise euer iPhone. Und dann steht das Ganze stabil und schwebt quasi vor eurer Steckdose. Es liegt nichts mehr rum. Ihr könnt das sofort reinstecken. Euer iPhone fliegt nicht mehr auf dem Boden rum oder sonst irgendwo und das Kabel hängt quer durch die Wallachei. Sondern mit diesem kleinen Aufsatz, der wirklich Qualitätsprodukt, Blue Lounge, muss man dazu sagen, also erwartet da keinen super mega niedrig Preis. Aber besserer Preis, als ihr den woanders bekommt. Deswegen ist der jetzt auch in meiner Miyakosa-Rubrik und ich freue mich sehr darüber, denn das ist wirklich so Gimmicks. Ich liebe so kleine Gimmicks, die einfach Ordnung schaffen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und wenn ihr Gimmicks kennt, die Ordnung schaffen, bitte, bitte, bitte überflutet mich damit. Überflutet mich mit Gimmicks, die Ordnung schaffen, weil ich, wie gesagt, derzeit voll auf einem Ordnungstrip bin. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben und beantwortet mir die drei Fragen vom Anfang des Videos. Außerdem freue ich mich sowieso auf eure Kommentare, weil es einfach Spaß macht. Ich versuche auch so viele wie möglich zu beantworten. Und am Montag unbedingt einschalten, da gibt es nämlich nur einen Worttag. Also bitte, bitte schaltet ein. Ich freue mich auf euch und wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Wie gesagt, Links zu den Miyakosa-Produkten unten in der Infobox. Am Ende verlinke ich dir jetzt nochmal zwei Videos. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, euer Wohnprinz, Bastian. Ciao, ciao. So, und wenn ihr das dann habt, dann habt ihr, ich habe jetzt einfach Wohnprinz, habe ich WP genommen. Dann habt ihr so wunderschöne Glitzerbuchstaben, die ihr dann auf den Tisch stellen könnt, des Brautpares. In der Mitte könnt ihr eine schöne.